Betrunken. Guck mal hier. Alter, wie der läuft! Kann ich mit deinem Batmobil fahren? Das ist ja geil. Mit meinem was? Kann ich mit deinem Batmobil fahren? Fährst du betrunken, dann kriegst du einen Stern. Oha, das ist ja ungangster-like. Komm, Niki, wenn du noch hier bist, dann zeig nochmal deine Vorzüge. Jetzt sind eh alle Gäste weg. Das ist ne sehr charakterstarke Frau, ne? Ja. Ich muss erst mein Auto rufen. Pato, sammle mich mal ein, bitte. Kannst du ein Taxi rufen? Du bist auch besoffen. Ich? Ah, naja. Ich glaub, Pato ist weniger betrunken als ich. Ich hab nichts getrunken. Ich finde vor allen Dingen gut, dass die in den Klamotten einfach direkt zu mir fährt. Setz dich ins Taxi. Oh, ich will mal da und da hin. Nicht mal nen Mantel drüber, ne? Auf dem Motorrad fährt die auch so. Was macht ihr denn? Willst du einsteigen oder nicht? Ich warte grad, dass mein Mechaniker mein Auto bringt. Wie er's abstellt, der Depp. Wäre übrigens schön, wenn du meine Karre nicht völlig zerlegst, warum er damit fährt. Ich hab die gerade, ja, ja. Mach sie nicht gut. Die hab ich, glaub ich, schon halbwegs zerlegt, als ich besoffen zum Bierladen gefahren bin. Was ist das, wenn die komplett gewastet wird? Kriegste. Muss ich Versicherung anrufen. Versicherung und so, ja. Aber der, der sie zerlegt hat, der muss dir da was bezahlen, ne? Richtig. Der Zerleger zahlt. Da steht ja schon das Bettmobil. Oh. Der gegen den Post wäre. Ob die, ob die mir in dem Zustand Waffen verkaufen? Ich habe gerade ein Enchiefment bekommen für den Stripper Dance mit dem Namen Auf dem Schoß fiel los. Ja, Kloss, Kloss hat den in Platin freigeschaltet. Was ist jetzt hier? Achso. Äh. Der Barton ist sehr unantwortungsbewusst. Wir brauchen auch Muni. Echt, der verkauft mir tatsächlich Waffen in dem Zustand. Das finde ich... Waffen ist okay, aber Alkohol geht halt gar nicht, ne? Ich kann nicht laufen, aber ich kann auch schießen. Das geht schon. So. Brauchen wir einen Lenkraketenwerfer? Wir haben einen Pullenkarre gebracht. Pato. Hallo. Mit der bin ich gekommen. Oh, Freund und Helfer und so. Trotzbesoffen. Wir haben zwei Auto vorgefahren. Und fragt nicht noch, wo die Schärme kommt. Und jetzt noch Waffen gekauft. Durch den hab ich nicht gekriegt. Nö. Die fanden das Waffen. Achso, ich brauche jetzt... Wo gibt's denn hier mal ne Tanke? Oh. Wer ist denn das? Ich. Porni. Porn4Gamers? Hier ist ein Falscher draußen. Ne. Der ist hier auch im Channel. Falscher. Der gehört dazu. Der kann sich benehmen. Alex, man hört dich kaum. Besser? Ja. Jetzt hört man auch was. So. Wo finde ich jetzt irgendwie... Wo finde ich jetzt einen Laden, wo ich was zu essen kaufen kann? Diese Einkaufssagensymbole. Auf der Map ist größer. Auf der Map ist größer. Aber geht nicht über den... Über den schnell... Über dieses schnell Dings. GPS Dings. Soll ich dich da mal schnell hinfahren? Da ist einer auf... Oder wenn du hier dem Strip folgst, nach Westen müsstest du hinkommen. Oh, dem Strip folg ich grad. So war das nicht gemeint. Hö, hö, hö. So. Ich fahr schon hinterher. Ich weiß nicht wo. Ich mach noch einen Stern, wenn man unter Drogen fährt. Nach Westen. Nach Westen. Okay. Hey, warum steig ich jetzt aus? Wo geht's jetzt weiter? Ach, keine Ahnung. Hast du mir mein Auto abgeschlossen oder was? Ich kann jetzt nicht mehr fahren. Nein, nehm ich halt den hier. Steigt auf. Oh, 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 oh. Ist ja geil wie der auch die Lenkung völlig verreißt, wenn der besoffen ist oder unter Drogen. Ja. Ah, da ist er. Oh, cool. Was geht hier? Wo sind diese eigentlich rauswegen? Diese... Diese diamantförmigen Dinger so ein bisschen. Ah, okay. Zirkus Zelt. Fabian, folg mir mal bitte. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, wenn der hier rausgeflogen ist? Achso. Boah. Mach mal das heutzutage so. Offenbar. Wir folgen jetzt Pato oder was? Was ist denn das bitte? Das ist mein Auto. Hat bis jetzt mit dem Insurgent gekommen? Nee, der ist 6x6. Das kleine Gerät. Ja. Das kleine Gerät. Geht ihr noch irgendwas shoppen oder? Ja, ich bin hier am Waffenland. Okay. Hat jemand einen Lenkraketenwerfer? Ja. Sehr gut. Immer am Mann. Immer am Mann. Habe ich in meiner rechten Westentasche gleich neben der Isling. Also ihr kauft ein und ich klaue dem dann euer Geld. Ach, das sind die? Achso, okay. Oh, super. Oh, irgendwie ein Polizist sieht mich gerade. Ja, nüchtern. Ja. Ah, ich kauft noch? Okay. Gut. 24-7. Wie heißen die? Snacks? Pienzigsten Kuhs oder? Alles. Die ganzen Snacks. Du kannst die alle benutzen. Außer Bier und Zigaretten. Stellt alles Gesundheit wieder her. Ich kann mit ihm gar nichts kaufen. Ey! Achso. What the fuck? Alles klar, ihr Arschlecher. Jetzt bin ich tot. Ihr könnt jetzt auch nichts mehr kaufen, oder? Nee, da hat sich der Kassierer... Ja, schade. Ladenbesitzer. Weg. Kann ich jetzt die Kasse ausräumen? Na gut, wenn du unbedingt willst. Oh, geil. Eine scheiß Karre, die ich mal verticken kann. Aber hier fährt nix rum. Spassis. Ich hab so'n Porsche direkt vor der Tür stehen. Oh! Ja, aber den jetzt... Den kann man nicht verticken. Du warst anwesend. Boah, mit... What the fuck? Oh, ich sammel dein Geld ein. Ja. Scheiße. Klingen das die Bullen nicht. Äh, bleib ich... Oh, nee. Die haben deine Karre beschlagnahmt. Ich dachte, das machen die nicht, wenn wir hier sind. Sekunde. Oder klau das Fahrzeug, sonst würde es zerstören. Abschlepphof-Tor. Aska, kann es sein, dass du ein Fehler für ein Großauto fährst? Du bist ultra leise. Ja, ich hab große Autos, aber nicht nur. Boah, jetzt hat... Jetzt kann ich hier wenigstens kaufen, weil sie ihn ausgeräumt haben. Ich hab Vorliebe für Wagen mit viel Sitzplätzen. Wo ist denn der nächste Laden? Da unten. Ja. Ach, die suchen mich. Schon wieder. Verdammt. Gibt's denn hier einen Laden? Folgen wir einfach auf dem Polizeiwagen. Ach, da hinten ist einer. Sollte vielleicht nicht finden. Sollte vielleicht nicht finden. Wieso ist denn hier so ein rotes Symbol auf der Karte gerade? Die roten Kreise? Gangs oder was? Boah, ey. Rote Kreise sind Gang, ungefähr. Ja. Also nein, da war so ein roter Kreis für den Gegner markiert. Äh, einfach nur, aber ohne quasi roten Gangkreis. So, ja, das kann sein, dass du irgendeinen Zivilisten angefahren hast. Manche von denen sind aggressiv. Versuchen wir jetzt... Also rauben wir jetzt echt mit vier Autos? Das ist eine verdammte... Nein, die kaufen Snacks. Es wird nichts ausgeraubt. Was kommt dann? Ah! Treffer. Oh, die Kack-Polizei. Gut, dass ich so einen schönen Bullenfänger hab. Damit die Bullen fangen? Ja. Ich weiß, der war nicht gut. Sagst du einmal, ich glaub die 6 ist es. Oh no, not again. Ich kann bei dem nichts kaufen. Hast du denn jetzt schon wieder überfallen oder was? Bist du bewaffnet reingelaufen? Nein. Ich bin unbewaffnet. Ich kann bei ihm auch nichts kaufen. Hat der sich denn versteckt? Oh, vielleicht hast du einfach nicht genug Swag. Ah, ja zumindest eine Cola kann man nicht trinken. Vielleicht ist er ja... Nee, leer kaufen kann man den nicht, ne? Ach, ich bin ja blöd. Ja, man ist zwischenzeitlich schon längst gestorben. Wohin ja gar nichts mehr. So, räumen wir den jetzt aus hier? Ja. Komm. Ey, ey, ey. Bist du schneller, ne? Hopp, 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 hopp. Mach hin. Achso, das könnte ich mal aufnehmen. Mal aufhören, dem ins Gesicht zu schießen. Schieß ihn mal nicht ins Gesicht, das geht dann aber schneller. Das geht dann wirklich schneller, wenn er rum schießt, ne? Ja. Wo ist ein Auto? Ja, das hab ich jetzt gar nicht mit aufgenommen. Kann ich Polizist spielen. Oh, hallo. Ich will dann nur mein Auto zurück. Ich fahr hier ein bisschen in die Berge. Okay, ab in die Berge. Auf. Ist die Biene noch da? Das hat... Haska, mach mal den Weg voll ab. Ey. Was der Helle macht ihr denn da? Lass mal einfach den Berg hochfahren. So, jetzt ein Rennen draus, oder was? Wir gehen jetzt am Stausee baden, hopp. Hä, ich dachte wir wollten einen Überfall machen. Okay, erstmal gehen wir mal an, erstmal. Hoppla. Und um oben kommt einer. Oh, tschüss. Ich bin mal... Oh, 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 oh. Kommen die Nächsten. Kommen die Nächsten. Einer nach dem Andern. Oh, da steht schon wieder die Bolizei. Das gibt's auch nicht. Mein Auto ist kaputt. Aska, kannst du mich abholen? Ja, ich komm dich holen. Was hast du denn gemacht mit dem Wagen? Lebt ihr noch? Die Polizeiwagen sind nicht so stabil. Oh shit, das geht nicht. Was? Der wurde jetzt zerstört, weil er im Wasser stand für ne Sekunde. Really? Die Karre ist doch in Ordnung. Was, weil der im Wasser stand? Ja. Du Scheiß. Kann da nicht wahr sein. Ja, ich glaub das ist mir auch passiert. Da müssen ja bei Alex und Fabian mit... Irgendwenn mitnehmen. Ich ruf direkt mal die Versicherung an. Geht ja gar nicht. Bei 1000 Dollar. Nein! Eram, lass mal da hinten. Oh, irgendwie hab ich Angst bei Porni mit zu... Jetzt hab ich ja auch noch drei Sterne. Was hast du denn schon wieder angestellt? Nicht ins Wasser, da gehen die Autos kaputt. So, das heißt, wo fahren wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Zu nem Apartment von... Möchte nochmal daran erinnern, dass das alles damit angefangen hat, dass wir ne Fahrradtour machen wollten. Da ist der Hubschrauber hinter euch hier, oder ist der... Wem gehört der? Ähm, ja, der hat schlechte Narbe. Der gehört leider keinem. Warte mal, halt mal kurz an. Ich mach mal den Hubschrauber weg. Der stört. Ach, hier läuft der Churches, das ist ja geil. Wo bist du? Hast du Musik an, oder was? Ja. Echt? Aber du nimmst nicht auf, oder? Äh, gerade nicht, ne. Okay. Aber die ist so leise, dass... Da komm ich jetzt nicht ran. Das würde funktionieren. Das ist ganz schön mutig. Ui. Wenn du jetzt noch mehr... Also wenn du jetzt... Wie viele Fahrradstellen hast du? Drei? Kommt irgendwas gelaufen. Endlich hier vorbei. Ich wollte einen Helikopterschwanz töten. Ruf einfach mal Jester an. Los, dann weg. Ist das ein Polizist, oder was ist das? Ja, warte. Ah ja. Nicht anfahren. Okay. Wir haben eh schon drei Sterne. Said no one ever. Ist der down, oder kann ich da... Oh. Oh, 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 oh. Der Barrow, Bro. Don't kill him. Said no one ever in GTA. Was ist da passiert, ey? Nein! Nein! Bleib mal mit, bleib mal mit. Du kannst mir das mit A und D umkippen lassen. Oh oh. Was war jetzt los? Ich geh in den Waffenladen rein und will einkaufen. Der Typ sieht die Knarre und knallt wieder ab. Was war das denn? Ich bin rausgesprungen. Wo bist du denn raus? Weil hier ein Helikopter ist und der braucht ne Packung. Wir haben grad die Fahndungsstelle losbekommen. Krass, ich hab Blut am Auto kleben. Und in Ammunation musst du. Kannst du mit M und D um den PCS? Ja, das fängt ja schon gleich wieder gut an. Wir wollten eigentlich den Heist starten und vorher noch schnell was einkaufen und jetzt das. Aber wieso knallt der Typ nicht die ganze Zeit ab? Für so ein paar Snickers sind wir alle gestorben. Ach, das war's mir. Wo waren wir jetzt hin? Ich bist nicht du, wenn du mal hier bist. Es ist ein Apartment. Sag mal, wo wir markieren sollen. Asgars Apartment. Da müssen wir hin. Äh, sag mal, wo das ist. Das ist so ziemlich ganz oben links. Da macht der Strip so einen Abzweig. Ganz oben links. Aber nicht im Eclipse, oder? Ist es im Eclipse Tower? Ne. Ja, Eclipse Tower. Okay. Sitzt da jetzt ein Marker drauf? Ich hab jetzt gerade einen bekommen. Ist das... Ja, das ist der, den hab ich gesessen. Ach so, sehr gut. Und da fahren wir einfach mal quer durch die Stadt. Wow! Yeah! So, das ist ein bisschen schwer. Ist eigentlich... Wow! Ah, genau hier wollte ich lang. Ne, warte mal. Wollte hier einparken. Die Polizeiautos sehen schon geil aus. Was ist denn hier los bitte? Ja, ähm. Keine Ahnung. So. Bina. Ich fahr ja völlig falsch. Oh, Reif platt! Boah. Alles gut. Bina. Bina. Bina ist wahrscheinlich die einzige, die Feinstein hat. Einfach so fett. Bist du gerade explodiert? Irgendwas ist glaube ich gerade explodiert. Ach shit. Ey, jetzt seh ich schon schwarz für den Haste, ey. Mit der Koordination. Das wird so geil. Ja, Gott. Ah, Bina fahr dich mal platt. Oh shit. Oh shit. Dann fahr ich wegwärts. Ja, vielleicht auch nicht. Äh. Bina, schau. Bina, ähm. Ich muss noch kurz was testen. Kann, also... Kann sein, dass du jetzt stirbst. Kann sein, dass du... Ah, nee. Hast du welche? Wer ist denn das da? Moment mal. Gerade... Ach shit. Jetzt hab ich den in den Reifen geschossen. Das wollte ich überhaupt nicht. OPS! Tut mir sehr leid. Ich hab ihn aus Versehen in den Reifen geschossen. Okay. Keine Ahnung. Oh, da kommt das Bina gefahren. Mach dem Polizisten platten Reifen, damit du fliehen kannst. Ähm, Aska, kann man auch die Ammunition-Läden überfallen? Oh, oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, die kehren einfach nur ab, wenn du mit Waffe da reingehst. Habt ihr schon wieder die Bullen am Arsch? Ja, ja. Das heißt aber, wenn wir jetzt schon in das Apartment eingeladen sind, müssen wir uns eigentlich nur hinflüchten, oder? Oder kommen wir da nicht rein? Also ich bin vorhin nicht reingekommen. Fahr grad hin und dann lade ich alle ein. Dann müsste, glaub ich, ne Einladung aufs Handy kommen direkt. Okay. Denn ich bin vorhin, äh, reingekommen. Yay. Du hast ein schönes Auto, Lib. Ja, ja, ich wollte es nehmen. Wir haben die Polizisten da hinten an. Das ist so, wenn die Leute davor stehen, mit dem Eigentümer selbst, dann kann der sagen, alle Crew und Freunde im Umkreis mit rein. Ja, das ist auch gut. Bei der nächsten Gelegenheit, äh, brauchen wir ein neues Auto. Also eigentlich schon lange. Aber ich kann hier selber... Alter, der ist in der letzten Minute so geworden. Was ist denn, wenn ich hier selber wohne? Dann hast du die Auswahl, in der Wohnung zu gehen oder zu klingeln. Wenn du in den blauen Kreis gehst. Jetzt geh ich aber erstmal, fahr ich mein Auto natürlich nicht gerade. Ich glaube, wir sterben. Ich auch. Ne, ne, hier, der ist noch gut. Hauptsache, der Inder, wo ich mich überfallen habe, pumpt mich voll gleich. Ich bin jetzt schon wieder 500 Meter von weg und ich sehe gerade noch zwei Autos ohne Türen und ohne Muthau und mit Dägen rumfahren. Ach, wie lahm ist denn dieses Auto? Oh, da eckt wieder alles plant. Wir haben da echt geschehen. Oh, schon wieder. Oh, shit. Bist du tot? Ne, ich, ähm. Oh, oh. Ach, da vorne steht. Alles gut. So, die... Die Einladungen müssten raus sein. Die sollten auf Sandy kommen. Ist das das... Ist das das... Ist das das Hinten von Hollywood? Das läuft noch. Ich habe gerade den besten Fehler ever gemacht. Ich habe mich vor dem Boot versteckt und oben auf dem Parkplatz vorm Poliziarravier. Auf einmal, überall Gegner. Klingelt jemand an der Tür, das ist ja... Ich habe immer noch... Ich muss ja immer klingeln hier. Pato, wir gehen mal ganz kurz vor die Tür. Komm mal kurz mit. Pato, komm mal her. Ich bin der Ehre daran, Böser. Ich habe... Ich habe... Hallo. Hallo. Grüß dich. Na? Ach, jetzt ist auch mein Marker weg. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin muss. Darauf erst mal ein Bier. Ey! Ich muss dich einmal kurz vor die Tür. Ich muss dich einmal kurz erschießen. Nein! Alter! 7.000 Dollar! Pato, komm mit! Ich... 7.000 Dollar! Ja, auf dich! Auf Geld! Pato, wenn du es überlebst, gehört das Geld hier. Ich weiß... Ich weiß, wie dein Kopfgeld ganz schnell weggeht. Ja, Gott! Oh, wird das nix. Ich mag die Aussicht hier in der Bude. Das tut mir leid. Verzieh dich! Zehn Dollar. Wir haben hier gleich einen Auftrag. Ohne Alkohol nicht ertragen. Ich brauche immer noch eine Adresse, wo ich hinfahren muss. Du müsstest ne Einladung auf dem Handy haben. Genau. Pfeil hoch. Jobliste. Blender Aska. Ja, ja, super. Dann helfen wir auf Cash. Was? Ach so. Was? Weil du noch Kopf am Arsch hast. Naja, okay. Macht der die weg. Das heißt, sobald ich die los bin, komme ich in den... spawn ich da in dem Apartment. Oder? Ja, du musst einfach das Cash bezahlen, dann wirst du teleportieren. Willst du, oder? Aber ich glaube, ich habe... Hat er nicht gerade gesagt, ich hätte nicht genug Geld. Warte mal. You don't have enough cash. Ach so, ich habe gerade schwer eingekauft, ja. So nicht, mein Freund. Gut, dann muss ich die halt loswerden. Aber das ist ja... Warum bin ich in so einem Agro-Mode, weil du so meine potenzielle Gefahr für mich bist, oder was? Männer auch, ich weiß auch nicht. Boing. Alter, ich bin fast tot. Ach, das ist ja das Dingshotel. Ach, deswegen. Hier war ich schon mal. Ach so. Hier, guck mal, zie den mal an. Jetzt sieht Vina aber gefährlich aus. Ja, was? Green Smoothie. Kampfmodus. Bereits zum Fahrradfahren. Und Vina trinkt vor allem alles durcheinander. Oh fuck. Du bist gerade die Spawner, als ich draufgehauen habe. Was? Jetzt fällt ja hier Stress, oder was? Jetzt schon wieder an der Tür. Alles klar. Ja. Das kannst du haben. Also nochmal rein hier. Ja. Gehen wir nochmal drüber. Warum habe ich jetzt Geld bekommen? Ach, jetzt muss ich hier alle einzeln reinlassen, oder was? Ja, das ist wahrscheinlich. So, jetzt darf ich wohl hoffentlich. Hier. Alle nach draußen, alle, ja. Alle nach draußen und alle in die Garage geht's, aber alle fragen schon wieder einen Bauchschuss abgerissen. Boah, ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab nen Fleck auf dem Rücken. Ach, das ist das, was angeblich über zwei Stockwerke geht. Das geht echt über zwei Stockwerke. Jetzt mal. So, dann erstens mal einen Job anwerfen. Oder werft ihr mal einen Job an und ich werfe nen Whisky ein. Heißt es nur vier, dann? Heißt es maximal vier, Leute. Ja, mit Mission gibt's bis sechs, glaube ich. Dina, ich weiß genau, wo du gewesen bist. Was? Ich weiß ganz genau, wo du gewesen bist. Dann mach doch mal ne Mission. Ja, ich guck mal, ob ich ne Mission für acht Leute finde, ob's das gibt. Das wär natürlich ganz geil, ja. So, ja, jetzt bin ich wieder angeschossen, hab wieder keine Panzerung. Nice. Warum kann ich denn dieses Obst hier nicht essen? Warum das auch nicht heilt, ne? Das ist ein bisschen schade. Ach doch, hier. Ja, aber du, den Saft passest. Obst essen? Aber ich glaub, der bringt nichts, ne? Ehrlich. Das werde ich jetzt sehen. Also Mission ist maximal für sechs Leute. Hier sieht echt so aus, als müsstest du so überwürgen. Naja. Too many players near activity. Geht mal bitte weg. Muss man hier den... Da. Mal gucken, ob sich was tut. Trinke ich halt Wein. Noch mal einen. Bina hat was. Schmeckt gut. Ne. Passiert nix. Bina, du weißt es, aber was ist das für ein Jahr? Gerade. Nicht mal hier auf den Tisch klettern. 2008. Mich daneben benehmen. Ein Rotwein. 2008. Ähm, leicht. Herb. Mit süßem Abgang. Wo ist Bina denn immer? Sehr gut. Ich bin unten, ich schlafe. Echt? Da leisen wir mal alle aus der aktuellen Sitzung ein. Ding, 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 ding. Die Lost Santos Connection. Ja, die ist geil. Da nehm ich an. Jobs. Blup. Enter, 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 enter. Dieser Job ist nicht mehr verfügbar. Ja, der letzte, der nicht reinkommt, äh, der letzte hat Pech. Jetzt reisen nach Jerusalem. Wie muss ich jetzt nochmal Geld ausgeben dafür, dass ich meine Sachen, die ich eh schon hatte, mitnehmen kann, ne? Bina ist nicht drin. Na toll. Oh. Oh man, ich bin so betroffen. Weiß mal Pato raus, der ist eh schwarz. Das klingt doch alles gut. Bin ich die Einzige, die jetzt nicht drin ist oder nicht? Ja. Ja, es gibt keine Jobs für acht Leute. Außer so Deathmatch-Sachen und sowas. Aber keine Mission. Adios. Aus. Sollen wir wieder rausgehen dann? Bin ich jetzt fertig. Ah, spielt es, spielt es und dann ist gut. Ich geh danach raus und dann gehst du rein. Ja, ich geh noch bisschen shoppen. Ja. Alles ganz gut. Das hätt ich mir lieber gemacht. Wir gehen dann einfach Geld ab, wenn wir da durch sind. Äh, wobei, wenn ich mir was aussuchen durfte, dann würde ich, oh nein, das läuft. Ach, das hat Dome, Dome kommt doch alles abgelaufen. Denn wir haben Pone for Gamers drin, den man überhaupt nicht hört. Ich bin doch da. Ja, das... Aber ich höre überhaupt nicht. Also kennt dich keiner. Es tut mir sehr leid. Woha. 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 Mascar, du siehst aus wie dieser komische Glück-Klaude. Ach, das ist gar nicht mein... Wo ist denn mein Auto überhaupt? Was? Was ist denn das bitte? Warum ist mein Auto nicht da? Passt da mal einer rein? Das ist Klaus. Klaus Auto. Die, ähm, der Position 5 und 6 hängen übrigens außen dran. Achja. Los, setzt euch... Sehr geil. Jetzt muss der Pato da rüber, das. Achso, das passt da rein. Das passt da rein, ja. Ich würde selber fahren. Yeah. Ich fahr. Oh, Kinder. Jesus. Pato und ich haben die coolen Plätze. Koordinativ auf jeden Fall. Das sieht ja mal ganz gut aus. Warte da um mich. Ach, das gehört das hier irgendwem? Das gehört bestimmt wieder. Das schwarze Auto gehört mir, ja. Kann ich damit fahren? Ja. Du sitzt drin, also kannst du damit fahren.